Hermann sah viele Leute. Einige Gesichter regten seine Fantasie an, einige Hosen nicht minder. Einige Homosexuelle, die er vom Ansehen kannte oder nicht kannte, fielen ihm auf, und er sah weg. Wieder kam ihm ein einzelner junger Mann entgegen, der trug einen blauen Regenmantel. Hermann sah ihm ins Gesicht, und das Gesicht gefiel ihm. Der andere sah ihn an, und so begegneten sich ihre Blicke und hielten einander fest, bis der eine am anderen vorüber war. Hermann ging noch fünf Meter, dann drehte er sich um und sah dem anderen nach. Der auch war fünf Meter gegangen und hatte sich umgedreht und sah Hermann nach. Felix Rexhausen Zaunwerk Szenen aus dem Gestreuch 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 Szenen aus dem Gestreuch